Hallo Freunde von Stoff4U, euer Zwirni mal wieder mit den glücklichen Gewinnern des Stoffe-Blogs. Einen 25 Euro Gutschein sichert sich Monika mit ihrer Regenjacke aus unserem dreilagigen Nano Softgel. Passender für die Jahreszeit geht es ja nicht. Der 50 Euro Gutschein geht an Annette mit ihren herzallerliebsten Hundebötchen. Aus diversen Dekostoffen unseres Sortiments hat sie kuschelige Rückzugsorte für die süßen Vierbeiner geschaffen. Und wir hoffen, dass mit dem Gutschein noch mehr entstehen können. Und ein 100 Euro Einkaufsgutschein geht an Dagmar, die auf der Suche nach einem Sweatshirtstoff mit mehr Stand für ihren Blazer auf Stoff4U gestoßen ist. Nun kann sie sich nicht nur über ein tolles selbst geschaffenes Kleidungsstück, sondern auch noch über einen fetten Gutschein freuen. Und jetzt seid ihr dran. Schickt uns Bilder eurer Kreationen aus unseren Stoffen. Jeder veröffentlichte Beitrag wird belohnt und ihr erhaltet ebenfalls die Chance auf einen der drei Monatsgewinne. Bis zum nächsten Mal, euer Zwirni.